BUSH! Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video zu einem weiteren Video hier auf dem Minecraft-Server. Hallo, nein! Hä, was denn? Hör auf! Leute, wir spielen heute wieder eine Runde Master... Ich hab noch ein bisschen Zeit! Ja, wir... Ich möcht... Kann ich... Lass mich bitte kurz meine Anmoderation machen, okay? Lass mich bitte ganz kurz... Leute, wir spielen heute eine Runde Master Wilders, Alphastein ist wieder mit dabei und ich freue mich jetzt auf die kommende Runde und die geile Zeit, die ich mit Alphastein haben werde. Nicht mal motiviert, Herr, du Opfer! Ich bin sowas von motiviert, mit dir aufzunehmen, das glaubst du gar nicht, es macht eine Menge Spaß, ich hab dich unglaublich vermisst. seit gestern. Digga, ist dir aufgefallen, es sind zwei Alphastein-Videos hintereinander, eigentlich kann mein Kanal das gar nicht händeln. So, Kinas, dann können wir auch direkt anfangen, Alphastein, wie ist deine Laune? Lass mich! Warum? Stein? Stein, ja, Stein, Stein, Stein. Wir können über... Ich hatte keine Lust mehr aufzunehmen, dir! Warum nicht? Du lachst mich immer aus! Wie, ich lach dich immer aus? Ich lach dich doch nicht aus! Nur wegen meiner Stimme! Ich lach dich doch nicht wegen deiner Stimme aus, deine Stimme ist ein sehr schönes und lustiges... Ein sehr schöner und lustiger Teil deiner selbst einfach... Du weißt ja nicht, wieso ich sie hab! Was? Die Stimme! Ne, weiß ich nicht. Ja, du Opfer! Ja, Stein, warte, warte, nein! Stein! Nein! Och Gott, Stein, wo bist du? Hallo? Wollen wir vielleicht... Also, wollen wir vielleicht einfach... Willst du mir vielleicht... Also, ne, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Leute, wir spielen eine wunderschöne Runde Master Builders und auf geht's! So, dann schauen wir mal, was das Thema heute wäre, Leute! Gucken wir mal ganz kurz rein! Das Thema ist... Batman! Ja, was? Ich kann dir erzählen, okay? Was denn? Das ist die Story! Digga, will ich das überhaupt wissen? Okay, wir hören dir zu! Ja, ich höre dir zu! Also, wirklich? Ja, ich höre dir zu! Ich muss kurz gucken, wie Batman aussieht, aber ich höre dir hundertprozentig zu! Willst du wissen, wieso ich so rede, ja? Äh, eigentlich tatsächlich... Ja, komm, erzähl! Ist es interessant? Also... Okay, gut, erzähl! Erzähl doch auch! Du bist bad! Ich bin... Ich baue Batman... Stein, erzähl mir einfach, warum du dich so anhörst, okay? Vielleicht kann ich dann dich ein bisschen besser nachvollziehen. Erzähl einfach! Hau ruhig raus, Stein! Ich bin für dich da! Ich hab... Ich hab verstanden, es ist für dich! Ist es wirklich ein bisschen? Ja, von mir aus! Erzähl mir jetzt einfach... Mein Gott, dann lass... Lässt du mich wenigstens in Ruhe bauen hier! Fang an zu erzählen, bitte! Darf ich? Ja, darfst du! Wirklich? Ja! Als ob! Ja, darfst du! Willst du spannen? Warum? 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 Erzähl doch einfach und... Lass doch dein Soundboard aus und erzähl mir einfach, warum du so klingst, wie du klingst, okay? Wenn du das unbedingt loswerden möchtest, ja. Du willst es hören? Ja, ich will es hören! Was? Ich brauch traurige Musik! Nein, brauchst du nicht! Erzähl einfach ohne... Oh Gott! Stein, muss das jetzt sein? Starbite! Stein! 1834! So, du bist überhaupt nicht so alt, das kann gar nicht... Warte! Ich war klein! 1834! Ey! Ich war auf einem Spielplatz! Ja, das dachte ich mir! Mit meinem Ockel Franziskus! Aha! Und wir haben immer gemeinsam geschaukelt! Ja, das ist... War aber so schön! Stein, ich glaub, du kannst die Geschichte schon hier beenden, weil es wird gerade wirklich lächerlich, also... Okay, du offen... Nein, warte, 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 warte! Nein, 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 nein! Komm, komm zurück, komm zurück, komm zurück, es tut mir leid, ich hab... Nein, du interessierst mich nicht, ich bin nur allein! Doch, 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 doch! Stein, warte, ich hab doch Respekt für deine Geschichte und alles! Stein, wirklich, ich respektiere dich und deine... Ah! Hör auf damit! Mann! Komm zurück jetzt, verdammter! Stein, pass auf! Es tut mir leid, es tut mir leid, ich hätte dich ernst nehmen sollen, okay? Hörst du mir zu? Ja, ich hör dir jetzt zu, versprochen! Und dann? Aber musst du das mit der Musik machen? Ja. Okay. Als wir da in diesem Spielplatz waren. Dann ist was passiert. Hallo? Ach so, ja. Mann! Dann kam so ein Junge. Ja. Und ein süßes Mädchen. Ein süßes Mädchen, mhm. Ja. Und dann wollten die sich mit mir anfreunden, ja? Ja. Ich war dann so allein. Ja, aber du warst dann mit deinem Onkel da. Ja, aber du erzählst nicht. Okay. Und dann haben die mir Apfelsaft gegeben. Ja, und? Und ich dachte, wow. Ich hatte voll cool und voll nett zu mir. Ach Gott, das ist demnig. Mhm. Aber dann. Was dann? Erzähl doch weiter, verdammt nochmal. Okay. Der Apfelsaft war abgelaufen. Ja, und? Und mein Hals. Ich hatte so Schmerzen an dem Tag. Ich musste ins Krankenhaus. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube nicht, dass von Abgelaufen... Ja, hör mir zu. Okay. Und dann... Äh... Ja. Du warst im Krankenhaus. Aha, du warst im Krankenhaus. Und dann habe ich angefangen zu reden. Ja. Oh Mann, ist das dämlich. Meine Stimme! Mann! Ja. Und dann... habe ich diese Kinder nie wieder gesehen. Die waren weg. Ich habe mich geprankt. Kann es sein... Kann es sein, dass diese beiden Kinder vielleicht Leon Machère und Simon Desu gewesen sind? Ich weiß es nicht. Aber Simon Desu würde sowas niemals tun. Ähm... Simon Desu... ...ist ein Wunder. Ja, ein Wunder. Genau. Simon Desu ist ein Wunder. Da hast du vollkommen recht. Ähm... Ja, ich glaube, damit sind wir dann auch schon wieder durch. Ähm... Mein Batman sieht auf jeden Fall super aus. Ganz toll. Ganz klasse. Ähm... Da bin ich auf jeden Fall echt stolz drauf, Leute. Der... Der sieht echt geil aus. Ähm... Sentimentale Geschichte auch gerade an der Stelle. Tut ein bisschen weh. Ähm... Stein? Ähm... Ist das dein Batman? Du glaubst mir nicht! Doch, natürlich glaube ich dir, Alphastein. Das klingt nach einer sehr... Ich glaube einfach nicht, dass von abgelaufenem Apfel... Saft deine Stimme komplett verkrackt wird. Du warst sechs Jahre alt. Du warst sechs Jahre alt. Du hast eben gesagt, das war 1809... Der Saft war sechs Jahre alt. Ja. Und... Durch sechs Jahre alten Saft ist dir das widerfahren. Hallo. Und dein Onkel Franziskus oder Franz oder... Glaubst du mir nicht? Ich muss ganz kurz... Hör auf! Stopp! Stopp, stopp, stopp. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich möchte nur kurz... Stein, bitte. Ich will doch... Es ist weit. Was ist das? Like. Was ist das? Das ist doch nicht Batman! Was soll das sein? Dein Onkel. Es ist explodiert. Okay, Stein. Wenn ich jetzt kurz hinterfragen darf. Dein Onkel, der dabei gewesen ist... Der hat nicht zufällig versucht zu verhindern, dass du diesen Apfelsaft trinkst, den du von fremden Kindern bekommen hast im Jahre 1822, als du sechs Jahre alt gewesen bist. Stein? Hör auf, die Leute hier zu beleidigen. Ich habe geschrieben, go to Hypixel. Ja, Hypixel. Ich bin zensiert. Schreib Hypixel, los. Nein, ich schreibe nicht Hypixel, Stein. Hypixel. Stein, Stein. Ich würde gerne nochmal kurz deine Geschichte hinterfragen. Komm. Ein paar Punkte deiner Geschichte erscheinen... Ich bin Schleudspieler. Nein, ich glaube nicht, Stein, dass du... Ein paar Punkte deiner Geschichte wirken auf mich nicht plausibel, Stein. Vielleicht könntest du diese nochmal weiterhin ausführen. Stein, ich weiß, möchtest du vielleicht noch irgendwas zur Geschichte ergänzen oder, ähm... Du bist fett. Stein, ich glaube nicht... Ach Gott, Mann, Alter. Stein, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Die Geschichte... Die Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, ja? Wirkt aufgrund deiner Art, deiner Erzählweise und den Fakten, die überhaupt nicht zusammenhängen... Ja, die Fakten stimmen halt einfach nicht. Sie hängen halt nicht zusammen, Stein. Das ist, das ist, das ist... Es wirkt so, als hätte sich das jemand ausgedacht. Hallo? Ja, ist gut. Stimmt diese Geschichte oder nicht? Ja. Und du bist dir hundertprozentig sicher, dass du meine Zuschauer hier nicht anlügst? Äh... Ja. Du bist dir auch einhundertprozentig sicher, dass du gerade nicht gelogen hast? Ich bin Schauspieler. Ja, das ist ja in Ordnung, aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob du mich angelogen hast. Ich... Hä? Ich habe gewonnen, Stein. Ich habe gewonnen und du bist letzter geworden, Stein. Wollen wir noch kurz darüber reden? Also vielleicht, um einfach nur festzustellen, ob die Story, die du dir gerade aufgetischst hast, wirklich... Also, pass auf, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz die Fakten an, okay? Okay, Alphastein. Welches Jahr hast du eben genannt? 1800... Was willst du von mir? Ich möchte nur das Jahr wissen, welches du eben genannt hast. 1800... 1800... Wie heißt... 1873. Und wie heißt dein Onkel? Dago... Äh... Dagobert. Dagobert. Eben hieß dein Onkel Franziskus, Alphastein. Ach, ganz ehrlich? Ja. Du bist ein Lüge, ja. Ich bin... Ähm... Alles klar. Leute, damit sind wir wohl am Ende. Es tut mir wirklich leid, dass Alphastein diese schreckliche Erfahrung in seiner Kindheit damals machen musste. Es ist wirklich nicht einfach für ihn gewesen, meine Freunde. Wenn ihr dem Jungen ein bisschen Trost spenden wollt, dann lasst das auf jeden Fall gut sein. Schaut definitiv auf seinem Kanal vorbei. Und, ähm, ja, vielleicht seid ihr einfach so freundlich und versucht, diesem kleinen, traurigen Kärtchen wieder ein wenig Hoffnung aufzubauen, indem ihr seine Minecraft-Videos guckt. Ich weiß nicht, ob das hilft. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Ähm, abonniert Mo, oder? Mo? Ja, abonniert mich! Und macht das wirklich. Ähm, tschüss. Äh, ja. Bye-bye. Sorry für zwei Alphastein-Videos in Folge. Äh. Höhö! Ichkhü. U�� Alphastein-Videos in Folge landestens 3 MILLIONORS in Folge 3 ğa年 ja verändert uns zu einem Analhastein-Videos in Folge. Daante desperately Though idkut艇 руб, fast 보여 mit dem Othersём gelten懂 plantsangle undsemburte Mountain.